Danke. Und... noch mal gucken. Hast du eine Vergangenheit tragen? Nein. Nee, bringt nix. Es ist nicht mehr da. Früher hat man bei dem so einen Anomalie-Scanner nicht Anomalie-Scanner, die sind dieses für die Frachter bekommen, ja. So, ja, ja. Nein. Zack. Danke. Nein. Uh, das war nicht wenig. So, er will Nahrungsmittel. Das ist uninteressant. Und die beiden haben es doch auch. Ich guck mal, vielleicht hat es sich geändert. Nee, bringt nix. Ist das gleiche wie immer. So. Wir brauchen das da. Ja. Aminokammer. Nein. Aminokammer. Da brauchen wir Chlor. Chlor. So, dann springen wir doch genau... Oh, bitte. So. Springen wir genau von hier. Ja, wir machen jetzt auch ein bisschen Housekeeping. In die Dingens. Mal erst mal schauen. Aminokammer. Wir brauchen Metallplatten und Chlor. Ich weiß aber nicht, wie viele Aminokammer übrigens wir brauchen. Ja, das da ist kein Problem. So. Ach wie, was? Nee. Ähm. Aktuelles System. Mach' weiter mal. Silber und Chlor. Mal gucken. Silber. Ein bisschen was. Ja, können wir. Chlor eher schlecht. Salz geht auch, ne? Mal gucken, was die Captain Rinos da haben. Das finde ich. Da kommt keiner. Wo ist der? Wo sind sie? Kommt her. Mal ganz kurz hier. Material und Gegenstände. Das war's ja gar nicht. Gebäudeteile. Reporterraum. Eine Aminokammer. Gut. Wo ist jemand gekommen? Nein. Äh, warte. Nochmal. Drei Antimaterie. Gut. Äh, Herrschaften. Wie wäre es? Hallo. Ah, da kommt einer. Komm rein. Kommt gleich mehrere. Einer. Flieg drüber. Was denn los? Hallo. Ah, da. Zwei. Erst du. Hast du für mich Chlor. Ich würde auch Silber nehmen. Chlor. Uran. Brauchen wir auch. Und Kohle haben wir. Achso, jetzt habe ich... Ah, ne, Chlor. Mhm. noch irgendwas. Im Moment nicht. Gucken wir mal, was das für ein Raumschiff ist. Der ist gar nicht mal schlecht, aber... Raumschiffe haben wir genug. So, gucken wir mal, ob du vielleicht noch ein bisschen Silber hast. Ja, 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 komm. Zack her. Ander anbieten. Hast du Silber? Nein. Gut. Nein, das Raumschiff rasiert mich. So, hier ist noch einer angekommen, oder? Ja. Du siehst genauso aus wie der andere. Zack. Hallo. Das war zu schnell, aber egal. Kobalt. Chlorsalz. Uran. Das Gleiche. Die haben alles Gleiche. Also tatsächlich ein anderer. So. Du. Du siehst anders aus. Vielleicht hast du auch anderes Zeug. Der Korporal. Pürritte können wir doch eigentlich auch brauchen, ne? Warum hatte ich das Metall? Komm, wenn wir schon mal dabei sind. Zack. Der hat nicht so viel. Dafür war es irgendwie besser. Metallplatten. Brauchen wir zwar eigentlich oft, aber egal. Jetzt gucke ich erstmal. Wir bauen. Warum? Ah, Metallplatte. Na, ich wusste es doch. Eine Aminokammer. Und... Drei Antimaterie. Das heißt... Das war's schon. Und wir können zum letzten Mal One Way... Zum Transporter. Quatsch. Ja. Aber nein. Aber ja. Zack. Nein, 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 nein. Teleporter sollte immer ganz in der Nähe sein. Aber... Aber... Das klappt jetzt hier gar nicht mehr so gut. Ich weiß aber nicht, was das ist. Teleporter Raum. Was fehlt? Ah. Das ist schlecht. Irgendwas sonst können wir... Ne, da will ich nicht hin. Können wir hier? Ach komm, zu den Raufinarien. Und jetzt haben wir hier... Ach komm, jetzt. Es ist doch... Das Ding ist nur am Nerven. Was ist denn da jetzt drin? Chlor? Warum ist da plötzlich Chlor drin? Du willst mich doch, oder? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen uns einfach noch so ein Fregatten-Ding einfach kaufen. Das zeige ich auch einmal. So ein paar wenige... Darf man ruhig haben. Aber ich habe mir schon wieder ein Labyrinth gebaut. Ich liebe es. Einfach raus. So. Und warum ist hier... Warum sind hier leere Räume? Ich will mal gucken. Für was brauchen wir eigentlich? Scannerraum brauchen wir irgendwann. Technikraum leer. Nein. Und den brauchen wir gar nicht. Mhm. Ja, den brauchen wir noch nicht. Das ist okay. Ich kopiere es nicht. Achso, ja. Wollte ich ja gar nicht. So. Können wir den Aufprachter... ...irgendwie anpassen? Überhaupt nicht. Na toll. Äh, was wollten wir machen? Achso, ja. Können wir nachgucken. So. Dann mal runter. Raum. Schiff. Warum bist du so weit weg? Egal. Ja, sind wir jetzt nicht so schlau. Nein, sind wir nicht. In drei Momenten nicht so schlau. So. Und wir können uns jetzt einfach mal... ...gucken. Hier waren doch... Hier sind doch immer... ...wir sollten doch sein. Na, wir springen mal ein bisschen weg. Geht nicht. Na, so die Richtung. Es ist hier alles nur voller... Ich wollte mir eigentlich noch ein Friggettchen kaufen. Nur eins oder zwei. Aber... ...ja. Die sind immer da. Die sind mir ganz auf den Nerv gegangen. Ja. Komm her. Wo bist du? Mhm. Na, wer bereut das denn jetzt schon, ne? Nein, noch nicht, aber falsch. Wart, was ist denn das? Ja, tot. Komm. Mach keine Zicken. Ja. War eine dumme Idee. Ehrlich. Ja. Zack. Haben wir was erbeutet. Das war aber schlecht. Ah doch, Sternenschildbatterie. So, aber das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte was ganz anderes. So, ich hab ein bisschen... Aha. Ja, ich hab Piraten getötet. Schläger. Aber hier ist ja überall. Ihr wisst gar nicht, was ich suche, ne? Oder? Ich hab ne Idee. Obita-Station-Koordinaten empfangen. Mhm. Was hab ich entdeckt? Brauch ich im Moment noch nicht. Geh weg. Da waren wir noch nicht. Und da ist ein Atlas-Dings. Gut. Springen wir da einfach mal dahin. Können wir immer gebrauchen. Eigentlich wollte ich mir nur ein Frigettchen kaufen. Aha. Und da hinten sind sie schon. Das wollte ich eigentlich. Ja, die hab ich auch gesehen. Aber ich will hier irgendwas Gutes. Oh, komm, hier ist eine neue. Da. Nö. Ach Gott, jetzt hab ich alles hier. Na super. Da. Genau. Zack. So kauft man die nämlich. Was kann der? Der kann gar nix. Der ist ganz schlecht. Hat er Minus? Hat er Minus? Hat er Minus? Hm. Mhm. Nein. Der hat Minus. Machen wir nicht. Tut mir leid. Haben wir noch mehr? Das ist ein Frachter. Der ist schön. Aber das wollten wir doch eigentlich nicht. Denn da kann man nicht kaufen. Nein? Hallo? Ne. Da hinten ein bisschen. Wollte ich kaufen. Nein. Äh. Der ist nicht so schön. Ich hab gedacht, der wäre schön. Ist er aber nicht. Hm. Das ist... Ach, da ist... Da ist noch einer, oder? Warte mal. Das ist der, den wir... abgelehnt. Hm. Da ist einer. Na, was kannst du? Der sieht ganz anders aus. Ja. Zack. Die hab ich eigentlich immer gemacht. So. Was hat der denn? Plus 15. Plus 2. Der hat nur gute Sachen. Der ist günstig. Ah, geht. So. Gekauft. Was wir noch machen, ist hier... Bitte mal... Was ist denn noch einer? Das ist den, den wir warten, ne? So. Ja. Was? So viel Zeugs und... Wir können nur eins kaufen. Aber wo ist denn bitte... Da ist die Raumstation. Da ist sie. Ach, gesetzlos. Ich glaub's ja gar nicht. Aha. Naja, gut. Wir sind ja sowieso jetzt für heute fast fertig. Ich... Wo ist es? Wo geht's rein? Oh Gott, ist das kaputt. Da geht's rein. Golfen. Schön. Brrm. Wie, jetzt kommen die Zuschauer oder was? Ich mach doch gleich Feierabend. Mann. Ich schnapp mir hier erst einmal. Das da. Ganz wichtig. So. Jawohl. Wird langsam. Dann... springen wir trotz allem. Ich mein, wir haben hier Atlas zu weit. Das kann ich mir alles merken. Komme ich nicht hin. Also erst mal heim. So. Und von da aus dann direkt zum Frachter. Fünf Zuschauer im Lurk. Hm. Und das, wo es doch gar keine Drops mehr gibt. Naja. Aber gerne. Solch ein Spannungsprogramm. Was war das? Natürlich. Kann ich trotzdem. Ja. Danke. Komm, wir füllen trotzdem nochmal auf. Ofen aus. So. Machen wir mal hier den Verdichteten rein. Zack. So. Und springen. Zum Fracht-Terrino. Zu unserem zweiten Dingens. Achso, ja. Und wir können das Beschleunerungsdingens ja trotzdem mal einbauen. Weil... Tut ja nicht weh. Kostet ja nichts. Außer Platz. Und das, was das erste ist, macht das ja nichts. Das ist gut. Ja. Ist gut. Mhm. Mhm. Ja. Oh. Baum. Egal. Äh, ja. Wir müssten jetzt... Haben wir eine Handlung? Handel, 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 Handel. Ja. Händler, Chef. Und der hat 20. Das ist viel. Das reicht ziemlich genau. Und Treibstoff haben wir auch noch. Also schicken wir das jetzt auch mal los. Jawohl. Und dann gucken wir hier mal nach. Der ist unterwegs, der ist unterwegs. Alles noch ein bisschen dünn. Aber das wird... Jo. Na, würde ich sagen... Das war's für heute auch, ne? Haben wir ein bisschen was geleistet? Ah, jetzt weiß ich, was ich machen will. Unbedingt. Das mache ich aus Tradition. I mehr. Wo ist es? Ähm, wo ist es? Ähm, hm, hm, hm. Warum ist es nicht da? Dieser Quatsch kann es nicht sein. Ach, das war ja der Signalbooster. Das andere habe ich noch gar nicht. Okay. Ich kann so nicht speichern. Das muss ich mir auch noch kaufen. Also. Um zu speichern. Ein letztes Mal oder ein vorletztes Mal. Dahin. Da rein. Da raus. Ich sag, vielen Dank fürs Zuschauen. Und macht's auf jeden Fall gut. Tschaui.